wie lange dauerten das so maximal so ein ringt maximal 40 minuten war recht ja aber dann muss jetzt schon echt wirklich die komplette distanz gehen hier vier und drei drei verlängerungen ich sag mal so im schnitt hast du eigentlich so 20 minuten ein match also so vier runden oder drei runden maximal maximal kann sich das wirklich lange ziehen oder wenn jetzt zum beispiel wenn wir jetzt irgendwie alle runden in folge gewinnen würden die viele hier und 4 0 ok das ist jetzt auch das ziel quali ja dann auch noch mal bei 33 gibt es verlängerung hier ist der unterschied dass du gleich selber oder du kannst du kannst selber entscheiden wo du spawns und du kannst auch gleich selber aussuchen wo du an singst aber es ist nicht besser wenn wir jetzt alle zusammen irgendwo starten mehr oder wenige sehr schön der floggefahrgutbehälter wurde lokalisiert die kamera haben die sind die unten im drogenlabor ja ja von äußerst geil da war ein truch kalkiere 5 5 und jetzt mit bisschen glück holle ich hier eine pass auf dass sie nicht oben vom geländer schießen das mache ich auch gerne ok, guck jetzt ist deiner? hier, Tor? warte, da ist einer hab ich schön ich guck mal nochmal in die Drohne rein geht eigentlich unten 2 aus, ich laufe noch rein jetzt sind die im Drogenlabor ich hab kein Half-Life roti, guckst du auf die Thrift, aber achte, dass du nicht von hinten erwisch wirst, ne? ich glaub der liegt rechts forti rechts hier im, in den Durchgang? rechts hinter dem Geländer hier? mhm ganz da nämlich noch rechts rum gehen und da liegt gerne mal einer also einer ist hier bei mir oben der Kyra ist oben bei forti 3 im Raum eine Minute hier 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 ich hab keine Ahnung wo ich hin irgendwo ist auf jeden Fall einer bei dir nein hinterm Tisch war der der ist unten ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung wo ich hin muss ich hab keine Ahnung wo ich hin muss ich kenne halt die Maps alle nicht aber die Map ist auch scheiße wenn den nicht kennst aber ich finde die Allgemeinschaft wenn man die jetzt kennt oder nicht ja wir hätten von oben gehen sollen noch guck mal jetzt der hat mich noch mit Glück bekommen dieser Pennei ich hätte den eigentlich haben können ich hätte den eigentlich haben können ich hätte den eigentlich haben können ich hätte den Capcan schon haben müssen doch egal erste Runde sagt nix hm 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 den Raum sichern wir müssen den Bio-Gefahrgut behälter schütt echt sitzt im oben Labor war oben ja ich finde das hab ich auch ganz gut macht einer drauf eh Ella ja macht die Drohnen platt ey ich kann auch nur noch den einen hier machen ey Jungs ich brauch ja noch Wände ey ist ja krass gar keine Wände hier auf der Seite ja ich hab ja schon gesetzt Jungs wo sind denn die ganzen Wände? Porti hast du noch eine Wände? ja Milo? ja klar na logisch Alter da ist doch tief leer da hast du mir eine Frau zu tun sag dir ok machen wir am besten vorne noch zu Rüstung liegt hier ja Nadeln bereit so Fenster-Grafi bei dir ne? oh mein Gott Alter ja nicht peek nur ein kleiner peeks was? der war doch noch gar nicht drinne Alter Jungs scheiße ey ach komm Alter ja das ist ja echt für ne Arsch Porti hinter dir haben die aufgemacht ne? tatsächlich da an der Türe nicht weiter nicht weiter da war ein Laser gerade Grammy ja hab ich gesehen Alter was? ach der Fuse die vielen Schildern laufen hier rum beide haben die gut gemacht ich seh nix das ist da on jeden oh phhhh aaah das ist da leh wa wuuh 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 Ja, was willst du machen, wenn die da irgendwie... Ja, wer sind's, was? Ja, der sagt ja niemandem was vor dir, aber was macht den Kremi, was macht Milo, was macht der andere? Ist halt irgendwie Nonsens, wenn man so gegen ultrakrass erfahrene Spieler hier reinkommt, als Frischling, aber egal. Egal, so haben wir zum Beispiel ein bisschen Info bis nächstes Video, siehst du, kannst du den gleichen Erfahrungsbericht machen. Und wir können uns ja auch mal CS geben, Alter. Ja, müssen, muss man eigentlich nicht. Kommt gut, Alter. Kommt gut, Alter, wurde lokalisiert. Kommt gut, der sich war im B-Farber. Ist denn das für mich so eine krasse Umgewöhnung? Ja, oder? Noch 10 Sekunden. Wie bitte, was hast du gesagt? Ne, ich meinst... 5 Sekunden. Ob das für ihn so eine... Umgewöhnung ist... Bio-Farber wurde lokalisiert. Weiter zu seiner Position. Brune eingesetzt. Auch, dass sie nicht braun pieken, ne? Die Brune wurde eingesetzt. Die Ella ist hinterm Tisch. In dem Raum. Kann ich nicht gesehen. Pult ist auch noch oben. Pult ist auch da. Da sind Ella und Pult weg am Fenster. Ja, Ella down. Ja, Ella down. So, ich fahr mal kurz mit meiner Drohne. Oh, der Raum ist safe. Och, jetzt ist... Kommt die blöde Kuh dahin. Danke. Kein Ding. Ist der Raum frei? Ja. Warte, jetzt... Ich... Drum mal kurz, schnell. Ganz schnell. Ja. Der Raum ist aktuell leer. Oh, jetzt war der Pult am Balkon, ey. Oh, jetzt war der Pult am Balkon, ey. Jetzt zieht sie doch nur noch Jungs. Mhm. Ach, da ist er doch. Oh, was war das denn? Ey, durch den Rand von meinem A-Corp habe ich den nicht gesehen, ey. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ey, Mann. Ich habe gerade den anderen anderen gesehen. Ja, Mann. Nein, ey. Fade. Die Fählinge sind so blöd. Weißt du, das liebst doch nicht, ey. So blöd, Fisch. Kann ich dir Ella spülen? Ja, spiel du Ella. Ich war eher am überlegen, ob ich Mute nehm. Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sicher. Hat ein Niveau in Twitch? Ich weiß nicht. Ja, jetzt müssen wir es machen. Ich bin nur noch 10 die Wunsch. Nur noch 5 Sekunden. Stelle da ist hier jetzt. Die Gegner haben den Zugefahrgutbehälter lokalisiert. Die sieht ihr genau an! Kontakt! Ich bin gut gespottet. Alter. Und jen kommt vom Nebenraum, von da wo wir gekommen sind. Mach ich so einen dummen Fehler. Was? Ey. Ich war hier. Ich war hier. Pff. Die Gegner hat sich an den Behälter. Das ist ein Schritt. Das ist doch los. Pff. Die haben gut gespielt. Die haben schlecht gespielt. Die waren gespielt. Doch, die haben gut gespielt. Vor allem, wie die mal zusammen gelaufen sind mit den 2 Schildträgern. Die haben die richtig gut gemacht, fand ich. So, neue Runde. Die haben gut gespielt. Das ist doch nicht so gut. Oh, ah.